Das neue iPhone 16 Pro verfügt zweifellos über die beste Kamera. Damit auch du atemberaubende Aufnahmen machst, zeige ich dir jetzt Schritt für Schritt die optimalen Kameraeinstellungen, die du ganz einfach übernehmen kannst. Eins kann ich dir versichern, du wirst begeistert sein, wozu deine iPhone-Kamera fähig ist. In den iPhone-Einstellungen müssen wir zunächst den Punkt Kamera anklicken. Als erstes wählst du dort die Kamerasteuerung aus. Mit dem neuen iPhone 16 Pro hast du nämlich einen zusätzlichen Knopf bekommen, mit dem du die Kamera direkt starten und ein Foto machen kannst. Du kannst den Button leicht drücken, um ein Menü aufzurufen. Wählst du zum Beispiel Codescanner aus, startet der Button den QR-Codescanner. Die meisten von euch werden diesen Knopf jedoch für die Kamera verwenden wollen. Apple hat mit dem iPhone 16 Pro die fotografischen Stile auf ein neues Niveau gehoben. Klicke auf die Option Fotografische Stile, um die Farben deiner Fotos direkt in der Kamera anzupassen und zu optimieren. Doch wir klicken auf Abbrechen. Denn am Ende des Videos verrate ich dir einen Profi-Tipp, wie du den Look deiner iPhone-Fotos mit nur wenigen Klicks erheblich verbessern kannst. Kommen wir zu den optimalen Video-Einstellungen für dein iPhone 16 Pro. Standardmäßig ist die Aufnahme in 4K mit 24 Bildern pro Sekunde in Klammern FPS voreingestellt. Du kannst jedoch auch auf 4K mit 30 FPS wechseln, was deinen Videos eine sanfte Bewegungsunschärfe verleiht und sie flüssig wirken lässt. Die Einstellung auf 4K mit 60 FPS empfehle ich nur, wenn du vorhast, das Video später auf 30 FPS zu reduzieren, um einen leichten Zeitloom-Effekt zu erzielen. Wenn du weiter nach unten scrollst, findest du zusätzliche Optionen. Das Aktivieren des PAL-Formats kann hilfreich sein, wenn du feststellst, dass Lichter in deinen Videos flackern. Obwohl das iPhone über eine sehr gute Bildstabilisierung verfügt, können bei schnellen Bewegungen Ruckler auftreten. Daher rate ich, die verbesserte Stabilisierung zu aktivieren. Sie sorgt dafür, dass deine Videos noch flüssiger und professioneller wirken, da sie Bewegungen ausgleicht. Aktiviere außerdem die Option Action-Modus bei wenig Licht. Wenn du den Action-Modus nutzt, erscheint oft die Meldung mehr Licht erforderlich. Um trotzdem hochwertige Aufnahmen zu erhalten, wird die Stabilisierung bei schwachem Licht leicht reduziert. Persönlich deaktiviere ich HDR-Video, da mir der Look nicht gefällt und es außerdem die Dateigröße etwas erhöht. Klicke jetzt auf Auto-FPS. Standardmäßig ist hier die automatische Anpassung zwischen 30 und 60 FPS eingestellt. Ich persönlich deaktiviere diese Funktion, um die Bildrate selbst zu bestimmen. Zurück in den Einstellungen scrollen wir nach unten und aktivieren die Option Kamerasperren. Das ist wichtig, um plötzliche Wechsel zwischen den Objektiven während der Aufnahme zu verhindern. Zusätzlich empfehle ich, den Weißabgleich sperren zu aktivieren. So wird verhindert, dass dein iPhone während der Aufnahme automatisch den Weißabgleich anpasst. Damit hast du die Videoeinstellungen erfolgreich optimiert. Als nächstes optimieren wir die Slowmotion-Aufnahmen. Tippe dazu auf Slowmo aufnehmen. Bei meinem iPhone 16 Pro ist standardmäßig 720p HD mit 240 Bildern pro Sekunde eingestellt, was beeindruckende Aufnahmen ermöglicht. Du kannst aber auch auf 4K mit 120 FPS wechseln. Dein Slowmotion-Video mit 120 FPS kannst du anschließend innerhalb der Kamera halt bearbeiten. Wir klicken auf dieses Symbol hier oben rechts. Jetzt kannst du einstellen, dass dein Video in 30 FPS wiedergegeben wird. Wenn du danach das Video abspielst, dann sieht deine Slowmotion-Aufnahme in 4K bei 120 FPS so aus. Gestochen scharf und extrem flüssig. Dein iPhone bietet zudem den Kino-Modus. Klicke dazu auf Kino-Video aufnehmen. Hier ist standardmäßig 30 FPS in HD aktiviert. Obwohl ich den Kino-Modus nicht oft nutze, kannst du hier auf 4K mit 30 FPS umschalten, um deine Aufnahmen später leicht zu verlangsamen. Da Kino-Filme jedoch in der Regel mit 24 FPS aufgenommen werden, was für unser Auge natürlicher wirkt, empfehle ich bei 4K mit 24 FPS zu bleiben, um den typischen Kino-Look zu erhalten. Im nächsten Schritt passen wir die Toneinstellung deiner iPhone-Kamera an. Gehe dazu auf Ton aufnehmen. Hier solltest du von Stereo auf 3D-Audio wechseln, um den Klang deiner Videos nachträglich zu verbessern. Bei der Videobearbeitung kannst du dann unter Audio-Mix zwischen den Optionen Standard, im Bild, Studio und Kino wählen. Entscheide dich zum Beispiel für Kino und bestätige die Auswahl mit einem Klick auf den gelben Haken oben rechts. Zusätzlich solltest du die Option Audio-Wiedergabe erlauben aktivieren, damit während der Videoaufnahme Musik im Hintergrund weiterlaufen kann. Zu guter Letzt empfehle ich Windgeräusche reduzieren einzuschalten, um störende Geräusche in deinen Aufnahmen zu minimieren. Jetzt müssen wir die Kameraformate des iPhone 16 Pro optimal einstellen. Tippe dazu auf Formate. Hier hast du die Wahl zwischen High Efficiency und maximale Kompatibilität. High Efficiency ist ein Format, das deutlich weniger Speicherplatz beansprucht, dabei aber mehr Bilddaten aufnimmt als bei maximaler Kompatibilität. Dies führt zu lebendigeren Farben und detailreicheren Texturen. Die einzige Verwendung von maximaler Kompatibilität wäre, wenn du ein Windows-Nutzer bist und die Bilder auf einem PC bearbeiten möchtest. Unter dem Menüpunkt Fotomodus wechseln wir von 12 Megapixel auf 24 Megapixel. Ich zeige dir gleich, wie du die beeindruckenden 48 Megapixel deiner iPhone 16 Pro Kamera nutzen kannst. Dazu aktivieren wir die Option ProRA und Auflösungssteuerung. Darunter erscheint die Auswahl Pro Standard. Tippe darauf, um auf ProRA Max zu wechseln und Aufnahmen mit bis zu 48 Megapixeln zu ermöglichen. Außerdem solltest du unter ProRA Format die Option JPEG XL Lossi aktivieren, um die Dateigröße zu reduzieren, ohne an Bildqualität zu verlieren. Nachdem wir die ProRA Einstellung verlassen haben, scrollen wir nach unten und aktivieren bei der Videoaufnahme die Option Apple ProRes. Damit wird die ProRes Kodierung verfügbar. Standardmäßig ist hier HDR aktiviert, aber ich bevorzuge das Log Video Format. Dies mag auf den ersten Blick kontrastarm und flach wirken, hat jedoch den Vorteil, dass es mehr Dynamikstufen enthält. Nach der Farbkorrektur sehen deine Aufnahmen deutlich detailreicher und farbintensiver aus. Wenn du professionell Videos aufnimmst und die Fähigkeiten zur Farbkorrektur besitzt, empfehle ich dir das Log Format auszuprobieren. Für die meisten iPhone Nutzer ist die ProRes Aufnahme jedoch nicht zwingend erforderlich. Bei deiner iPhone 16 Pro Kamera kannst du einzelne Einstellungen speichern, sodass diese beim erneuten Öffnen der Kamera-App beibehalten werden. Dies müssen wir also als nächstes anklicken. Ich empfehle hier alle Optionen deaktiviert zu lassen, außer den Kameramodus, um unnötige Umstellungen zu vermeiden. Scrolle anschließend nach unten und aktiviere den Portrait-Zoom sowie die zuvor eingestellten Optionen ProRes und Auflösungssteuerung. Zusätzlich solltest du Apple ProRes und Livephoto aktivieren. Im nächsten Schritt nehmen wir weitere Kameraeinstellungen vor. Unterhalb von Einstellungen beibehalten findest du die Optionen Lauter für Serie verwenden. Ich empfehle dir diese Einstellung zu aktivieren. So kannst du mit der Lautertaste schnell eine Bilderserie aufnehmen. Dein iPhone kann bis zu 10 Fotos pro Sekunde erfassen und je länger du die Taste gedrückt hältst, desto mehr Bilder werden geschossen. Darunter gibt es zwei weitere praktische Funktionen. QR-Code-Scan ermöglicht es dir, QR-Codes direkt mit der Kamera-App zu erfassen und weiterzuleiten. Kommen wir nun zum heutigen Sponsor dieses Videos, ESR. Sie bieten unter anderem eine MagSafe-Auto-Halterung mit G2-Ladefunktion an, die wirklich einfach zu montieren ist. Du kannst dein iPhone ganz unkompliziert über MagSafe an der Halterung von ESR befestigen und es dabei gleichzeitig aufladen. Die Halterung lässt sich entweder an den Lüftungsgittern anbringen oder direkt im Auto festkleben, ganz nach deinen Wünschen. Aber das ist noch nicht alles. ESR hat auch eine 3 in 1 MagSafe-Ladestation im Sortiment. Mit G2 kannst du deine Geräte sicher und schnell mit bis zu 15 Watt aufladen. Unten an der Station gibt es einen Bereich, um zusätzlich deine AirPods zu laden. Doch es geht noch weiter. Mit einem speziellen Adapter kannst du auch deine Apple Watch ganz einfach auf der Ladestation aufladen. Alternativ kannst du diesen Adapter sogar dafür nutzen, um deine Apple Watch direkt über ein MacBook aufzuladen. Interessiert? Dann schau doch mal in die Videobeschreibung und klick auf den Link zu den ESR-Produkten. Die zweite Einstellung, erkannten Text anzeigen, erweist sich als äußerst praktisch. Wenn du ein Foto von Text machst, erscheint unten rechts ein Texterkennungssymbol. Sobald du darauf tippst, kannst du den erkannten Text einfach kopieren und später wieder einfügen, ohne ihn manuell abtippen zu müssen. Nun kommen wir zu den Kompositionseinstellungen. Für einen besseren Bildaufbau aktiviere die Rasterfunktion. Diese unterteilt das Bild in 9 Rechtecke, sodass du den goldenen Schnitt anwenden kannst, um dein Motiv optimal zu positionieren. Außerdem solltest du die Wasserwaage einschalten, um schiefe Bilder zu vermeiden und deine Fotos perfekt auszurichten. Falls du Selfies machst und nicht möchtest, dass die Spiegel verkehrt aufgenommen werden, aktiviere die Option Frontkamera spiegeln. Die Einstellungen außerhalb des Rahmens anzeigen, solltest du jedoch deaktivieren. Andernfalls werden in der Vorschau Bildbereiche oben und unten sichtbar, die im fertigen Foto nicht enthalten sind, was zur Verwirrung führen kann. Beim iPhone 16 Pro kannst du deine Hauptkamera festlegen. Gehe dazu auf Fusion Kamera. Dort hast du die Möglichkeit, zusätzlich Objektive hinzuzufügen, wie das 28mm und das 35mm Objektiv. Anschließend kannst du eines dieser Objektive als Standardobjektiv wählen. Für die beste Bildqualität empfehle ich jedoch das Standard 24mm Objektiv. Letztlich hängt die Wahl aber von deinem persönlichen Geschmack ab. Weiter geht es mit den übrigen Kameraeinstellungen. Wenn du Porträts im Fotomodus aktivierst, kannst du nachträglich ein Foto, das im normalen Fotomodus aufgenommen wurde, in ein Porträtfoto umwandeln. Dein iPhone speichert alle notwendigen Bilddaten, um diese Bearbeitung später zu ermöglichen. Als nächstes sehen wir uns die Funktion Schnellere Aufnahmen priorisieren an. Diese Option kann die Bildqualität beeinträchtigen, weshalb ich empfehle, sie zu deaktivieren. Bei Aufnahme der Frontkamera oder dem Weitwinkelobjektiv kann es gelegentlich zu Verzerrungen kommen. Um dem entgegenzuwirken, solltest du die Objektivkorrektur aktivieren. Der letzte Punkt betrifft die Makrosteuerung, die seit dem iPhone 14 verfügbar ist. Das iPhone 16 Pro verfügt ebenfalls über einen Makromodus, der ideal für Aufnahmen sehr kleiner Objekte geeignet ist. Da der Makromodus jedoch nicht immer die beste Wahl ist, habe ich die Makrosteuerung aktiviert. Dadurch kannst du den Makromodus manuell in der Kamera-App unten links deaktivieren, wenn dir das Bild ohne Makromodus besser gefällt. Wir sind noch nicht ganz fertig, denn du kannst auch direkt in der iPhone-Kamera-App einige wichtige Einstellungen vornehmen. Öffne dazu die Kamera-App. Oben links findest du das Blitzsymbol. Ich empfehle dir jedoch, den Blitz zu deaktivieren, damit der Nachtmodus automatisch aktiviert wird, wenn die Kamera schwaches Umgebungslicht erkennt. Der Nachtmodus liefert deutlich bessere Ergebnisse als der Blitz. Neben dem Symbol für den Nachtmodus siehst du eine Zahl, die angibt, wie lange die Aufnahme dauert. In unserem Fall also 5 Sekunden. Rechts oben hast du die Möglichkeit, ProRam Max ein- oder auszuschalten. Ein einfaches Drücken aktiviert oder deaktiviert ist. Und wenn du länger auf das Symbol drückst, kannst du High Efficiency Max auswählen. Für die beste Bildqualität empfehle ich jedoch ProRam Max. Beachte, dass ProRam Max automatisch deaktiviert wird, sobald du Live-Fotos aktivierst. Daneben befindet sich das Symbol für die fotografischen Stile. Diese Stile lassen sich nicht nur nachträglich auf dein Fotos anwenden, sondern können auch bereits während der Aufnahme angepasst werden. Abschließend noch ein Tipp. Obwohl viele Nutzer gerne Live-Fotos verwenden, empfehle ich dir für die beste Fotoqualität ProRam Max einzuschalten und auf die Live-Foto-Funktion zu verzichten. Wenn wir nach unten wischen, wird das zusätzliche Einstellungsmenü eingeklappt. Mit einem Klick auf den Pfeil kannst du das Untermenü wieder öffnen. Hier kannst du zunächst das Bildformat festlegen. Ich bevorzuge in der Regel 4 zu 3, aber für Social Media Stories ist 16 zu 9 die beste Wahl. Wir gehen wieder zurück. Daneben kannst du die Belichtung verändern. Oft sind iPhone-Fotos etwas zu hell, daher empfehle ich beispielsweise minus 0,3 zu wählen, um die Helligkeit zu reduzieren. Durch einen Klick auf die Stoppuhr kannst du einen Timer einstellen und zwischen 3, 5 und 10 Sekunden auswählen, bevor die Kamera auslöst. Wir klicken erneut auf die Stoppuhr. Jetzt drücken wir auf die Nachtmodus-Einstellung. Hier kannst du die Belichtungszeit auf bis zu 27 Sekunden verlängern. Eine längere Belichtungszeit ist besonders wichtig, wenn du beispielsweise Sterne fotografieren möchtest. Halte dein iPhone während der Aufnahme ganz ruhig, am besten verwendest du dafür ein Stativ. Je weniger du dein iPhone dabei verwackelt hast, umso besser ist das anschließende Ergebnis. Hier kannst du das im Nachtmodus aufgenommene Sternfoto von mir anschauen. Unten rechts kannst du zwischen der Hauptkamera und der Selfie-Kamera wechseln. Unten links findest du den Makromodus, den du mit einem einfachen Klick jederzeit wieder deaktivieren kannst. In der Bildmitte hast du die Möglichkeit zwischen den verschiedenen Objektiven deiner iPhone-Kamera zu wählen. Generell ist es am besten mit der Hauptkamera zu fotografieren, da sie mit bis zu 48 Megapixeln aufnimmt. Außerdem verfügt dein iPhone 16 Pro über eine 48 Megapixel Ultra-Weitwinkellinse und eine 12 Megapixel Telekamera mit 5-fach optischem Zoom. Wir lassen das Menü verschwinden, indem wir auf den Pfeil oben klicken. Ich möchte dir noch ein paar nützliche Tipps zeigen. Wenn du den Auslöser nach links ziehst, startest du eine Serienaufnahme. Ähnlich wie beim Gedrückthalten der Lautertaste. Hältst du den Auslöser jedoch gedrückt, beginnt eine Videoaufnahme. Wenn du ihn dabei nach rechts ziehst, läuft die Aufnahme weiter, ohne dass du den Auslöser gedrückt halten musst. Links kannst du die Videoaufnahme jederzeit pausieren und später wieder fortsetzen. Auf der rechten Seite hast du die Möglichkeit, während der laufenden Videoaufnahme Fotos zu machen. Jetzt beenden wir unsere Videoaufnahme. Hier kannst du zudem zwischen verschiedenen Modi wechseln. Zum Beispiel vom Foto-Modus in den Video-Modus oder in den Kino-Modus. Eine wichtige Einstellung für den neuen Kamera-Button möchte ich dir nicht vorenthalten. Gehe in den iPhone-Bedienungshilfen nach unten und suche den Punkt Kamerasteuerung. Hier kannst du die Druckempfindlichkeit des Buttons anpassen. Wenn du beispielsweise auf fester wechselst, verhinderst du, dass der Kamera-Button versehentlich ausgelöst wird. Ich persönlich finde die Einstellung leichter jedoch besser. Scrolle anschließend weiter nach unten. Bei der Option Tempo für doppeltes leichtes Drücken kannst du von Standard auf langsam wechseln. Das würde ich dir auch empfehlen, da ich finde, dass das doppelte leichte Drücken des Kamera-Buttons ansonsten zu schnell erfolgen muss. Wie versprochen verrate ich dir jetzt meinen Profi-Tipp für beeindruckende iPhone-Fotos. Öffne den App Store auf deinem iPhone und suche nach der Adobe Lightroom App. Nach der Installation öffnen wir die App, um meine professionellen Foto-Presets zu verwenden. Keine Sorge, wir nutzen dafür nur die kostenlosen Funktionen der App. Dieses Bild habe ich mit meinem iPhone aufgenommen. Klicke unten, um die Presets aufzurufen und scrolle durch die Option. Ich wähle das Discovery Preset aus. Die Bearbeitung ist jedoch etwas zu intensiv, also drücke auf den Schieberegler und reduziere den Wert, bis du mit dem Ergebnis zufrieden bist. Bestätige die Änderung mit einem Klick auf den Haken unten rechts. Jetzt klicke auf Effekte und wechsle oben von Effekte zu Vignette. Eine Vignette lässt jedes iPhone-Foto besser aussehen, solange man es nicht übertreibt. Ein Wert von minus 20 passt hier sehr gut. Klicke auf das bearbeitete Bild, um in den Vollbildmodus zu wechseln. Halte das Bild nun gedrückt, um zu sehen, wie es ohne unser Preset und die nachfolgende Bearbeitung ausgesehen hat. Ich möchte dir noch ein weiteres Bild zeigen. Diesmal wählen wir das Lifestyle Blogger Preset aus. Drücke erneut den Schieberegler und reduziere den Wert, bis du zufrieden bist. Danach stelle wieder die Vignette ein, wobei der Wert hier ruhig etwas höher ausfallen darf. Rufe erneut den Vollbildmodus auf und vergleiche das neue Bild mit dem unbearbeiteten Foto. Schreib mir in die Kommentare, welches der Bilder dir besser gefällt, vorher oder nachher. Dieses Bild habe ich im letzten Urlaub im Panorama-Modus aufgenommen und anschließend mit einem meiner Fotopresets bearbeitet. Klicke jetzt auf den Link in meiner Videobeschreibung, um dir meine 20 iPhone-Foto-Presets herunterzuladen. Wenn du jedoch wissen möchtest, wie du die erweiterten iPhone-Kamera-Funktionen optimal nutzen kannst, habe ich einen umfangreichen Fotokurs speziell für das iPhone entwickelt. Du kannst dir den Zugang zu meinem Fotokurs ganz einfach mit einem Klick auf den Link in meiner Videobeschreibung sichern. Außerdem gibt es insgesamt 34 weitere Einstellungen, die du an deinem neuen iPhone 16 Pro unbedingt direkt nach dem Auspacken vornehmen solltest. Dieses Video habe ich dir hier verlinkt. Schaue es dir jetzt sofort an und übernehme alle Einstellungen Schritt für Schritt.